Hallo aus Deutschland. Wir hoffen herzlich willkommen zu unseren Unternehmens-News. Als Unternehmen müssen Sie kommunizieren mit Kunden, mit Mitarbeitern, Partnern, zu Produkten, Neuigkeiten, allen möglichen Themen. Überlegen Sie doch mal, ob Ihnen an so mancher Stelle ein Video das Kommunikationsleben leichter machen würde. Unser Kunde Aluplast hat sich konsequent auf das Format Video eingelassen und kommuniziert die unterschiedlichsten Themen mittels Bewegtbild. Auf Basis unserer langjährigen Agenturerfahrung haben wir ein Konzept entwickelt, mit dem wir eine Vielzahl an Formaten produzieren können. Und das zu fern Preisen und im Rahmen verträglicher Produktionszeiten. Die Möglichkeiten sind dabei unbegrenzt. Rundum-Videokommunikation. Film ab! Am Ende haben wir wirklich tolle Videos zusammen hingekommen, die wir vielfältig nutzen können. Und das ist ein Format, das sehr gut funktioniert und das wir auch viel, viel stärker noch nutzen wollen in Zukunft. Hallo aus Deutschland. Wir hoffen, dass Sie, Ihre Familie, Ihre Freunde und Kollegen alle gut machen. Warum alle plass? Womente 7, empleados. Herzlich willkommen zu unserem Unternehmensnews. Das Thema Digitalisierung wird auch in der Baubranche zunehmend wichtiger. Zu technischen Begriffen. Heute würde ich euch gerne ein paar davon erklären. Was ist ein Fensterband? Was ist der Mitteldichtungssteg? Was ist eine Fensterpistung? Gestalten wir auch die Webseiten für unsere Kunden. Das heißt, wir übernehmen nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Programmierung und die Umsetzung. Du hattest das Thema Gelbverfärbung, Umwelteinflüsse eben schon kurz angesprochen. Wie gehe ich damit am besten um? Die Vorteile der Klebetechnologie? Mehr Sicherheit durch mehr Stabilität in den Flügeln. Ich darf Ihnen heute mit Energeto unser ressourceneffizientes Fenster mit Mehrwert vorstellen. Ob einer jetzt Maurer gelernt hat, Industriemechaniker gelernt hat, das macht für uns keinen großen Unterschied. Nur handwerklich muss er natürlich schon was mitbringen. Wir werden das bei uns als Taschierer. Also ich kann die Zusammenarbeit einfach nur jedem ans Herz legen. Ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit, eine Vielzahl von Videos zu bekommen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die jede Firma eigentlich auch gut einsetzen kann, gut brauchen kann. Wer Fragen hat, kann auch zu mir gerne kommen. Ich bin da immer bereit, auch Auskunft zu geben. Die Liebe und ich bin da nicht sicher. Wir sehen uns bei der Kochenbank